Was macht uns speziell? Wir sind keine klassischen Arbeitskollegen, sondern wir sind eine Familie. Wir haben es sehr lustig untereinander. Wir sind ein sehr junges Team. Ich meine 38 Jahre gehöre fast schon zu den Ältesten. Und darum bringen wir so eine gute Dynamik hinein. Von jung zu reifer. Die Garage macht speziell, dass sie sehr familiär ist. Wir pflegen mit den Mitarbeitern, ob das ein Lehrling ist oder ob es ein Geschäftsführer ist, einen sehr familiären Umgang miteinander. Das merkt man auch von der Arbeitsatmosphäre bei uns. Wenn ich an unsere ehemaligen Lernenden denke, denke ich als erstes an Serge Verone. Das ist unsere Diagnostiker, die schon über 35 Jahre in Betrieb ist. Und heute unsere Lernenden ausbilden. Wir nehmen uns die Zeit für die Stifte. Dass viele selbst arbeiten können. Dass sie selbstständig die Arbeit machen können. Und wirklich mehrmals auch das ausführen. Dass sie es auch gut lernen können. Unsere Garage würde ich beschreiben mit Grandios. Weil die Mitarbeiter diese Garage eigentlich ausmachen. und das ist der Raum Grandios. Das ist der Raum Grandios. Das ist der Raum Grandios.